Begrüßung, Metall ins Gesicht. Wenn du Reinforced Glass brauchst, sag Bescheid, ich habe davon noch welche im Gepäck. Ich habe aus Versehen zu viel gemacht. Wofür sollte ich das jemals brauchen, aber ja, für irgendeinen Quest. Ich bin in der Mechanik ja gar nicht vertreten. Pall ist noch online? Wow. Er hat ja auch mit mir, während du weg warst, gechattet. Ja, ich sollte 9 herstellen, ich habe 18 hergestellt, geil. Äh, packt Eis. Okay. Ich hasse es. Ähm. Hast du noch Reinforced Iron? 4 Stück. Reinforced Iron Ingots. Oder Plate. Plate habe ich nicht. Ich habe aber ein Stack Ingots davon. Was soll ich denn? Du kriegst noch 4 Stück. Jetzt hab ich dir so viel gäbe. Wer bin ich denn? Ich hab eine echt geile Quest für dich. Du hast doch schon die Power Cell gemacht, oder? Die kleine und du willst die medium oder was? Dafür brauchst du 4 von den kleinen. Nein. Was glaubst du, warum ich dir die Aufgabe übertragen hatte? Ach Dago. Ach Dago. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Du hast die Scheißaufnahme gerade gestartet. Ich rede allgemein schon wieder von dem Projekt. Ich könnte aber das noch nebenbei machen. Und das eine habe ich ja jetzt. Die Maschine werde ich dann demnächst aufbauen. Du müsstest eigentlich freudespringen und sagen, juhu, endlich kann ich mal questen. Hm, ne. Wo ist jetzt der Stortel? Den haue ich mir gleich in den Backpack mit rein. Oh mein Gott. Und ich mache jetzt da. Haben wir da? Das haben wir noch. Das haben wir noch. Das haben wir noch. Wo sind da? Da sind es auch noch 14 Stück davon. Hast du noch Steel Mechanic Komponenten? Ich brauche zwei Stück. Bitte was habe ich? Stahl Mechanic Komponenten. Die du aus 4 Kupfer und 1 Stahl machst. Oder anderen. Ne. 4 Stahl und 1 Kupfer. Habe ich noch nie von mir. Vakuum Tür. Ach du Heimatland. Wobei Nickelplatte. Ich stelle ich immer nur passend her. Was? Könntest du mir mal kurz eine herstellen. Weil das ist Immersive Zeug. Was machen wir dafür jetzt? 4 Stahl. Also du brauchst 8 Stahl und 2 Kupfer. Und dann könntest du mir einmal Vakuum Tubes herstellen. Ne. Doch. Es tut mir leid, aber das muss leider gemacht werden. Klazer. Ich brauche 2 von den Dingern. Ach die von Immersive. Von dem Steel Mechanical Komponenten brauche ich 2. Kann ich das hier nämlich schon nochmal reinlegen. Da hat er noch das Glas dazu. Und dann brauche ich noch eine Watering Can. Du hast kleine Nebeninfos. Ich bin nicht ein Crafter. Was ist wichtig, was brauchst du von den Tubes? Du kriegst glaube ich 3 Stück raus. Und eins brauche ich bloß. Ich mache nämlich jetzt die Watering Can. Dazu brauche ich Empowered Void Crystal. Void Crystal. Aktuell die Editions. Kriege ich aus Kohle brutzeln lassen. Ehm. Nickel Plate. Kupferkabel. Haben wir davon nicht so genau als? Ne. Und 4. Achso. Achso. Ich muss das erstmal empowern. Stimmt. Ehm. Stimmt. Ach du scheiße. Clean Stone. Flint. Inksec. Carcoal. Inksec. Hammer. Hier. Ein Clean Stone. Hammer. Hammer. Da. Ähm. Was war das andere? Äh. Carcoal. Chaco. Carcoal und Flint. Flint. Hammer. Ich habe mir jetzt auch schon angewöhnt immer Carcoal zu sagen. Und wenn es falsch ist. Carcoal halt. Haben wir davon eins? Nein. Wir haben nur Coal Coke. Na ja. Dann machen wir das halt mal so. Danke. Und hier wieder. Ne. Wir müssen ja eh eine Garden Clock herstellen. Und die ist ja in meinem Questgebiet. Bitte was? Ja die ist bei mir unten im Questgebiet. Ich weiß nicht. Oh. Psssssss. Boing. 13 Heavy Engineering Lücke. Ich gehe in Rente. Viel Spaß. So und jetzt brauche ich 3 Bone Meals. 2 Inva. 1 Redstone. Redstone. Nickel. 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 Haben wir kein Inva? Ne. War ja da. Leck mich einfach. Leck mir doch die Füße. Wo? Da bauen wir 3 Stück. Hä? 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 Ich hatte das Ding jetzt gerade hier. Hä? Ich mag das. Vor allem weil du jetzt da was machen musst. Hehehehe. 2 Eisen 1 Nickel. Braucht er da? Ne. Das da hinten scheint leer zu sein. Ja. Ich stelle gleich mal 32 Inva her. Die werden wir bestimmt noch ein paar mal brauchen. Wir haben glaube ich sogar noch. Falls du Gears brauchst. Die oben in der Kiste sind 2 Stück. Äh. Ich brauche gerade keine Gears. Ne. Gears. Nicht Gears. Achso. Ne. Ne. Ich brauche die Ingots dazu. Fertilizer. Kommt hier. Mittelkiste bei dem Pflanzengedöns mit rein. Acht. Das reicht vorne und hinten nicht. So. Haben wir wieder eine Quest fertig. Mhm. Item Translocator. Liquid Translocator. Was braucht man dafür? Item Translocator. Oh. Enderperlen. Oh. Enderperlen. Das ist gut. Das ist doch easy. Ähm. Wir haben keine Item Leitung mehr. Und was jetzt? Baut ihr doch welche. Ach ne. Äh. Enderperlen brauche ich 2 Stück. Warte mal. Ich mach auch gleich den Fluid. Ich muss ja beide herstellen. Äh. Translocator. Äh. Für den Fluid brauche ich auch. Okay. Die Enderperlen gehen flöten. Ich brauche 2 Hopper. Äh. Nicht Hopper. Äh. Wie hessen die Dinger? Pistons. Und. Zwei Eimer. So. Dann brauche ich hiervon 14 Stück. Damit kann ich mich absolut von meinem Stahl verabschieden, was ich besitze. Und. Äh. Cobblestone. Brauche ich wie viel? Ich glaube 8 Stück. So. Dann brauche ich ein bisschen Holz. Holzi, holzi, holz, holz. Jetzt habe ich noch ein Gepäck. Das. Das ist auch fertig. Pistons. So. Haben wir 7 Elektrum zufällig? Äh. 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 Anscheinend nicht. Ich merke schon. So. So. Dann einmal. Ach. Ach. Ich brauche noch diese Leitung. Och. Fick dich. Spiel. Und. Ich brauche 4 Kisten. Äh. Falscher Crafting Table. Eins. Falscher Crafting Table. Eins. Zwei. 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 Glikon Redstone und Converter Bait. Äh. Wir haben kein Ledermär. Äh. Ist das da Kühe da oben? Warte mal, warte mal, warte mal. Hast du schon einen Industrial Squeezer? Der ist oben, ja. Okay, ich hau mal ins Deckrotten Flash rein. Warte, was? Mach du das Leder daraus. Jetzt, du sollst auch schon das andere Zeug rausnehmen. Mir wurde da nix angezeigt. Da war noch mein Grafiet-Staub drin. Guck mal, schon 16 Leder. Diese Converter-Bels sind ja wieder ekelhaft. Stahl-Nuggets! Ja! Deswegen will ich den Scheiß nicht machen. Was war das jetzt? Stahl-Nuggets? Redstone. Was ist das denn schon wieder? Da brauche ich Silikon. Da habe ich noch was. Selbst im Safety habe ich das hier noch nie gebaut, was ich jetzt baue. Das habe ich, glaube ich, jeweils einmal nur gemacht. Einmal in meinem Leben. Ich habe keinen Stahl. Schön. Wie viel brauchst du? Ich habe ja noch ein bisschen was im Inventar. Warum brauchst du es nicht in die Kiste, wenn du damit mischt anfängst? Ich benutze es ja die ganze Zeit. Ich brauche zwei, vier, sechs, acht, zwei, vier, sechs, acht, zwei, vier, sechs, sechs, acht, ein Ingot. Ich brauche das jetzt. Ach so. Liegt doch. Ja, das Glück, fünf Minuten später. Ich habe keinen Stahl mehr. Und das wird in der Rolling Machine gemacht. Keep rollin, 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 rollin. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe die Scheiße. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann wäre die nächste fertig. Und der Alka-Tempel. Warte mal. Hä? Ach so. Ja. Das war ja noch nicht alles. 1, 2, 2. Und wieder eine Quest fertig. Ähm. Item Translocator aus. Claim? So. Ah, jetzt. Das. 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 Oh, drei Quests zum Claim. Läuft. Wow. Peer Juice, ey. Ich will was ordentliches zu fressen haben. Oh mein Gott. Das da. Titanium. Ludi Creed Block. Tadadadadada. Benutzen wir zwar nie im Leben, aber ich habe ihn aufgebaut. außer du willst dich mit der unendlichen stromproduktion beschäftigen da gehe ich eher auf dem big reactor dachte ich mir das ich kenne das rezept schon fast auswendig hier was soll ich nehmen 6 item translocator oder liquid translocator ich habe die item translocator genommen also dann nehme ich die liquid ja dann haben wir auch von jedem acht ich habe ja zwei hergestellt und habe es musste von jedem zwei herstellen also haben wir wirklich von jedem achte dann ja und ich kenne das rezept echt schon auswendig läuft quintabel batterie brauche ich warte mal ich muss die scheiße doppelt machen wir haben ja zwei davon ich kenne das rezept echt schon auswendig so jetzt brauche ich bloß noch dieses schöne eisen wo ist hä ich hatte hier noch was reingeschmissen oder? ach ne ich habe es hier wir brauchen das ja doppelt wir haben ja zwei efabs ich verabschiede mich mit der ruhestand echt so dass dann sechs tiers nein egal was du sagst nein quintabel batterie quadruple triple ich glaube wir haben wir haben ja hier sogar noch eine batterie ich brauche zwei ich brauche aber zwei quintrubble viel spaß übrigens die presse ist erstmal für 500 jahre gesperrt bist du dir da sicher bis vier stacks eisen durch sind bist du dir da sicher wenn ich was brauche nehme ich dein zeug raus du kennst mich doch und das lasse ich halt ich habe kein platz beim inventar was soll denn das wieso habe ich die kiste jetzt also weil ich die weggeschmissen habe anstatt die mal einzuräumen wie du mir so ich dir ich habe die aus versehen angeschmissen weil mein inventar voll war meine güte ich bin dir einfach nur aus versehen wiedergegeben ja ja mein 26 leder ist fertig wie viel 26 ich habe noch 34 im inventar also so habe ich wieder traded wood für windräder das ist nice ich habe jetzt einfach mal einen halben stack deers in nuggets umgewandelt ich bin so viele davon oder ja weil wir noch mehr als genug advanced electronic circuits brauchen das habe ich gehört durch schaden gekriegt okay das geht da nicht sehr schön wie sieht es hier aus sind nur vier boxe drin das reicht nicht da muss mehr rein so das das da rein äh das und das biodiesel da rein äh das wollte ich jetzt eigentlich achja hehehe kann es sein dass du pipes herstellst nein du weißt dass ich weiß wenn du lügst also ich stelle keine pipes her ich stelle das powered upgrade her für den elf hopp warte was ach so das war für die translocator ja gut scheiße ich brauche pipes ja musst du welche craften allein craften ich bin kein frost zweitens zweitens kannst du mir einfach kurz zwei äh eine vier stück herstellen also eine ladung ich glaube du hast sogar noch alles dafür bin wir da nein ich habe alles wieder raus geschmissen in näherer zukunft einfach bitte das wird dauern ich habe mein wichtiges zeug auch stehen und liegen lassen weil ich dann stell mir quint quintrappel batterien her weißt ich brauche zwei quintrappel batterien nein danke siehste oder aber du stellst mir glowstone elevation unit energieflow circuit und ludicreed blocks her wo ist das leder in der mobblutkiste was macht leder in der mobblutkiste mobb eine kuh ist auch ein mob ne eine kuh ist ein entity kein mob mob das war ja wieder die scheiße batterie single batterie ich brauche diese roten kristalle ich brauche ja eigentlich fast alles herr damit herr damit herr damit herr damit und mittel da will eine batterie haben und ich brauche das da das mache ich aus black war ja gut das hast du jetzt sicherlich im inventar wo hast du silikon ja das habe ich noch im inventar wie viel brauchst du denn und wo ist diese komische maschine hier 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 korge man 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 muss ich das echt selbst sein legen ja musst du das nicht mal irgendwie eine verschönerung ich merke schon ich brauche nickel nickel So haben wir, eine Single Batterie ist fertig, eine Double haben wir schon, da gibt es dann die zweite Double und den Rest mache ich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.